Hallo liebe Freunde des Hörkanals, heute ist es nun soweit, Halloween und zum Abschluss meines Grusel, Spuk und Zaubermonats hört ihr einen Auszug aus einer Erzählung von Theodor Sturm, am Kamin. Darin trifft sich eine Abendgesellschaft, sie setzen sich gemeinsam an den Kamin und es werden Spuk und Geistergeschichten erzählt und bei einem zweiten Zusammentreffen, dann im Sommer, frönen sie noch einmal der gleichen Leidenschaft und zwar beim Tee. Ich habe mir von den vielen unheimlichen und zum Teil grausigen Geschichten, die da zum Besten gegeben werden, nur eine, nämlich die letzte, ausgesucht und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich habe diese seltsame Geschichte von einem nahen Verwandten, der sie zum Teil selbst erlebt, teils später aus nächster Quelle erfahren hat. Er hielt sich vor mehreren Jahren vorübergehend in B. auf, wo derzeit auch der in wissenschaftlichen und künstlerischen Kreisen bekannte geheime Medizinalrat W. lebte. Eines Abends, da er in Gesellschaft mit demselben zusammentraf, geriet die Unterhaltung in Veranlassung eines soeben erschienenen Buches über das Leben der Seele unmerklich in jene dunkle Region, wo wir so gern mit unsicherem Finger umhertasten. Man besprach die Fortexistenz der Seele nach dem Vergehen des Körpers und endlich auch die Möglichkeit einer Einwirkung der Toten auf die Lebendigen. Der alte Medizinalrat hatte bei dieser letzten Wendung des Gesprächs schweigend in seinem Lehnstuhl gesessen. Nun erhob er den weiß gepuderten Kopf und sagte, meine verehrten Herrschaften, wenn dergleichen möglich wäre, so würde ich es ohne Zweifel an mir erfahren haben. Ich will auch nicht leugnen, dass mir mitunter die Gedanken so gekommen sind. Jedoch geschehen ist mir niemals etwas. Auf näheres Andringen fuhr er dann fort. Es ist kein Hehl dabei, ich kann es in diesem vertrauten Kreise wohl mitteilen, zumal Sie den, welchen es betrifft, gekannt und auch wohl wertgehalten haben. Ich meine unseren verstorbenen Freund, den Justizrat Z. Sie werden sich erinnern, dass er jahrelang an einem Herzleiden kränkelte, bis es endlich seinem tätigen Leben ein plötzliches Ziel setzte. Der Zustand des Kranken war derart, daß darüber die differentesten Meinungen bei den zu Rate gezogenen Ärzten herrschten. Während der letzten Monate hatte ich mit diesem Werten Freunde, der sich rücksichtlich des annahenden Todes keineswegs einer Täuschung hingab, vielfache Gespräche gepflogen, wie wir sie heute Abend hier gehört haben. Namentlich liebte er es, sich hypothetischen Grübeleien über einen notwendigen Zusammenhang des Körpers mit der Seele hinzugeben. Nur daraus vermag ich es zu erklären, daß der sonst so verständige Mann von einer fast unbegreiflichen Angst vor einer demnächstigen Sektion seiner Leiche heimgesucht wurde, welche er andererseits von der wissenschaftlichen Neugier meiner Herren Kollegen mit gutem Grund erwarten konnte. So kam es eines Abends, daß ich, der ich ihn mit jeweiliger Zuziehung des Professors X in den letzten Jahren behandelt hatte, ihm auf sein dringendes Verlangen, das feierliche Versprechen gab, bei Eintritt des Todes die Eröffnung seiner Leiche unter jeder Bedingung zu verhindern. Kurz ehe dieser erfolgte, musste ich in Veranlassung einer amtlichen Kommission die Stadt verlassen, nachdem ich die Sorge für diesen wie für meine anderen Kranken dem Professor X übertragen hatte. Ich kehrte erst nach mehrtägiger Abwesenheit in die Stadt zurück. Es war schon dunkel. Als ich an dem Hause des Justizrats Z vorüberfuhr, sah ich mit Verwunderung, dass die beiden Wohnzimmer desselben hell erleuchtet waren. Das fiel mir auf, denn die Fenster des Krankenzimmers lagen nach dem Hofe hinaus. Ich ließ den Kutscher halten und begab mich nun unmittelbar aus dem Wagen in das Haus. Bei meinem Eintritt in das erste Zimmer blinkten mir von seiner Kommode die Skalpelle und sonstigen Gerätschaften entgegen, dabei der für einen Anatomen unverkennbare, signifikante Geruch. Aus der angrenzenden Stube hörte ich die diktierende Stimme des Professors X. Ich brauchte nichts weiter zu erfahren. Ich wusste alles, was geschehen war. Als ich die zweite Tür öffnete, sah ich den Leichnam meines Freundes auf dem Tische liegen. Er war schon geöffnet, die Intestina zum Teil herausgenommen, die Sektion in vollem Gange. Ich war heftig bewegt, und statt auf die gelehrten Auseinandersetzungen des Professors X. und des ihm assistierenden Arztes einzugehen, teilte ich ihnen meine dem Toten gegebene feierliche Zusage mit. Die Herren wollten dieselbe zwar nur als ein Beruhigungsmittel gelten lassen, wie solches dem Kranken wohl ohne weitere Absicht gegeben wird. Indessen schließlich mussten sie mir dennoch versprechen, von weiterem Verfahren abzusehen und die herausgenommenen Teile in den Körper zurückzulegen. Ich verließ sie dann und fuhr nach meiner Wohnung, ermüdet von der Reise, voll Schmerz um den Tod des Freundes und belastet mit einer unheimlichen Trauer, dass ich ihm das gegebene Wort nun dennoch nicht hatte halten können. Es ist nun fast ein Jahr vergangen, aber gleichwohl. Ich bin niemals gemahnt worden. Der Medizinalrat schwieg, und es entstand eine augenblickliche Stille in der Gesellschaft, die wohl dem Andenken des Verstorbenen gelten mochte. Mit einem Male aber richteten sich die Blicke der Anwesenden wieder auf den Erzähler, der seinen Lehnstuhl verlassen hatte und mit vorgestreckten Händen in der Stellung eines Horchenden dastand. In dem faltenreichen alten Gesicht war der Ausdruck der höchsten Spannung, ja, der Bestürzung nicht zu verkennen. Nach einer Weile hörte man ihn halblaut wie zu sich selber sagen, »Das ist entsetzlich!« Als hierauf der Herr des Hauses, einer seiner ältesten Freunde, ihn sanft bei der Hand ergriff, richtete er sich langsam auf und blickte in der Gesellschaft umher, als wolle er gewiß werden, wo er sich befinde. »Meine verehrten Herrschaften«, sagte er dann, »Ich habe soeben etwas erfahren. Was und woher erlassen Sie mir, Ihnen mitzuteilen? Nur so viel mag ich sagen, dass meine vorhin geäußerten Ansichten dadurch im Wesentlichen berichtigt werden dürften. Zugleich muss ich bitten, mich für heute Abend zu entlassen. Ich habe einen notwendigen Gang zu tun.« Der Medizinalrat nahm Hut und Stock und verließ die Gesellschaft. Als er draußen war, ging er quer über den Markt nach der Wohnung des Professors X, den er in seinem Studierzimmer antraf. Er redete ihn ohne weiteres an. »Sie erinnern sich noch des Justizrats, Herr Professor, und der von Ihnen geleiteten Sektion seiner Leiche?« »Gewiß, Herr Medizinalrat.« »Auch des mir bei dieser Gelegenheit gegebenen Versprechens?« »Auch dessen.« »Aber Sie haben mich getäuscht, Herr Kollege.« »Ich verstehe Sie nicht, Herr Kollege. Sie werden mich schon verstehen, wenn Sie mir nur erlauben wollen, dort einige Bücher in dem dritten Fach Ihres Repositoriums hinwegzuräumen.« »Und ehe der andere noch zu Antworten vermochte, war der aufgeregte Greis schon herangetreten, und nachdem er mit zitternden Händen einige Bände beiseite gelegt, holte er aus der Ecke des Faches einen Glashafen hervor, in welchem sich ein Präparat in Spiritus befand. Es war ein ungewöhnlich großes, menschliches Herz.« »Es ist das Herz meines Freundes«, sagte er, das Glas mit beiden Händen fassend. »Ich weiß es, aber der Tote muss es wieder haben, noch heute, diese Nacht noch.« Der Professor wurde bestürzt. Er war überzeugt, dass kein Mensch dem Medizinalrate seinen heimlichen Besitz verraten haben konnte. Aber er gestand demselben, dass in der Tat an jenem Abend das anatomische Gelüste über seine Gewissenhaftigkeit den Sieg davon getragen habe, das Herz des Toten wurde noch in derselben Nacht zu ihm in den Sarg gelegt. Ja, liebe Freunde des Hörkanals, so geht diese Geschichte, und als sich dann die Abendgesellschaft so recht wirklich graust, lässt Theodor Sturm seinen Erzähler noch Folgendes sagen. »Wenn wir uns recht besinnen, so lebt doch die Menschenkreatur jede für sich in fürchterlicher Einsamkeit, ein verlorener Punkt in dem unermessenen und unverstandenen Raum. Wir vergessen es aber, mitunter dem Unbegreiflichen und Ungeheuren gegenüber befällt uns plötzlich das Gefühl davon, und das, dächte ich, wäre etwas von dem, was wir Grauen zu nennen pflegen. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch fröhliches Gruseln zu wünschen, einen schönen Halloween, tschüß und bis in ein paar Tagen, eure Eva. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!